Und er kam und fand sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll schlaß. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Und er kam und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, was des Menschensohn in der Sündehände lieber antwortet wird. Steht auf, lassen uns gehen, siehe, wer ist da, der mich verrät? Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, das Wölfeneiler, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und als bald trat er zu Jesu und sprach, Begrüßet seist du, war mir, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Mein Freund, warum bist du gekommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesu und griffen ihn.